Entschuldigung, aber ist da Puderzucker drauf? Ich hab extra ohne Zucker bestellt. Ich vertrage morgens nicht so viel Zucker. Oh, tut mir leid. Na, sowas auch. Du hast völlig recht. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich nehm das wieder mit und bring dir ein neues, okay? Alles klar? Alles in Ordnung? Okay, super. Weißt du, wo meine Bücher und der ganze Krempel sind? Also irgendwie kann ich mich... Halt, nein, sie waren im Auto. Im Auto, das explodiert... Richtig, das ist wirklich zum Schlapplachen. So, dann schenken wir noch mal nach. Danke. Bitte sehr. Danke, Mann. Verzeihung. Und dein French Toast kommt auch sofort. Okay, danke sehr. Okay, okay. French Toast ohne Zucker, alles klar? Nochmals Entschuldigung. Ach, gar kein Problem. Danke. Keine Ursache. Vielen Dank. Hm, du bist ein netter Kerl. Wirklich gut.